Oh Leute, ihr seid auch schon da! Jo, hi Leute! Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute in diesem Video werde ich ein bisschen Kaiser Mario 65 weiter zucken. Und ja Leute, ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spass mit dem Video. Leute, wir werden jetzt die 8 roten Münzen hier versuchen einzusammeln. Moin! Wow! Wow! Was?! Was?! Wir haben das überlebt, Mann! Wir haben das überlebt! Moin! 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 Warte, wie das aussieht! Da sind so viele Haie hier! What the fuck?! Mehr Haie als Tohidos in Pokémon Smalak. Das muss was heißen. Also entspannt. Moin! 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 Das wir sie haben! Nein! Oh mein Gott, wie knapp das war! Moin! Moin! Ich habe das überlebt... Wie gut... Ja moin! Ich mach mal... Boom oder so! Eine Flamme! Ja moin! Alter! Was? Was?! Ich werde beim Bosa-Kampf direkt mit einer Flamme begrüssen. Wo muss ich ihn hinwerfen? What the fuck?! Die Bombe ist hier unten! Was?! Ich hab ihn getroffen, was? Moin! Ich hab Angst, ich bin hier angefangen. Oh! Moin! 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 Ja, nee! Moin! Ja, Moin! Nein! Alles entspannt. Nein! Ja, Moin! Ja, Moin! Ja, Moin! 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 Jun, ich mach aus dir gut aus, wenn's so weitergeht. Hab's geschafft! Ach komm schon, was? Da muss man hier einen Kick machen. Denn hier ist eine Kanone. Jetzt muss ich mich hier hoch schießen. Oh nice, hab's geschafft! Man muss dann hier auf diesen Blöckern herumspringen. Alter! Wie knapp das war! Ich hab den Stern bekommen, Leute! Moin! 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 wird es klappen. Yeah. Okay. Leute, ich denke mal, an dieser Stelle beendet ihr dieses Video. Ich danke euch noch fürs Zusehen. Also, tschau, Leute.